Ausleuchten, ja, du bist ausgeleuchtet, ey. Natürlich, ich hab alles. Ja, gut, die Höhle jetzt nicht, aber... Wo bist du jetzt? Ich seh dich nicht mehr. Äh, Wadefurt? Äh, Wade? Ja, Gänge, irgendwie. Verschiedene Gänge, weil... Ähm... Ich seh dich auch nicht. Nice. Ich bin bei Koordinaten... 63... Ja, die stehen doch rechts. 63, 18, 424. 3, 16, 442. Hä? Ja. 3, 16, 400, was? Warte. Wann muss der wirklich sein, jetzt? Ey. Ah, Justin, du bist da unten. Nein. Ich seh dich. Oh Gott, hier ist Lava. Ohohoh. Ah, I see you too. Hier ist Lava überall. Don't, aua. Au. Don't, aua, ey. Come to me. Oh, ein Spawner. Ja, nicht kaputt machen. Falls wir den nochmal brauchen. Alter, teleportieren sich die Monster irgendwie? Hier ist ein riesen Lavasee irgendwie. Justin, hallo. Oh, hallo. Hast du den Weg gemerkt? Nein. Oh, gut. Bau sie auf. Hab ich ja wohl, komm mit. Oh, wait, warte. Kakaobohne wegschmeißen. Meine. Ey. Ja, da, warte. Eins. So, alter. Äh, kannst du mal, hast du Steine? Kannst du einen Ofen bauen? Ja, oder so. Was reicht für einen Ofen? Walsch mal so um mich drum, ob hier irgendwelche Monster sind. Äh, ja, doch. Okay. Dann ist gut. Federmäuse. Die sind echt übel. Also, Federmäuse, da musst du aufpassen. Ja. Nö, mach. So. Ähm. Jetzt mal eigentlich wieder nach Hause gehen, aber das brauchst du mal länger noch, ja. Ach so, äh, warte, ja, ja, ich komm wohl nicht mit. Du kannst hier die Hürde, äh, die Sachen farben. Hier ist überall noch Eisen und so. Kannst hier alles abbauen. Erstmal Rüstung bauen, ne. So. Erstes Eisenteil wäre da mal, äh, äh, don't even try it. Das macht bumm. Alter, vergiftet worden. Don't die. Von Creeper. Von Creeper vergiftet worden. Äh. Jetzt vorbei. Ja, da warst du ein komischer Special Creeper wieder, Alter. Special Creeper, oh. Alles klar. Alter, ich will. Ich will nach Hause, ich hab Angst hier. Bau rein. Jetzt bleib hier. Bau die Sachen ab. Ist voll viel Zeug, man. Äh. Ba, 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 ba. Okay. 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 Das ist ein Shiny-Bauble. Shiny-Bauble. Shiny-Bauble? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das zweite Wort. Er wird mit Shiny-Bauble. Shiny-Bauble. Kein Plan, was das bedeuten soll, aber okay. Dann hab ich halt 23 Shiny-Baubles. Keiner von, ne. War in der Kiste drin, bei den, beim Spawner. Nacht doch, geil, ey. Er, Toss. Ja, komm noch mehr, komm noch mehr, komm. Praktisch mit der da, war hier? Komm, alles reinschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Zombie-Armee. So gut. Real. It's real, Marlon. Ich will mal eben kurz hier, äh, was gucken. Ah, okay, alles cool. Noch 381 Gigabyte. Mein Kopf nimmt echt fast gar nichts weg, irgendwie. Das ist komisch. Mhm. Können wir in der Grafik klicken. Ja, schub mir in der Hals. In der Hals, Marlon. Rutsch immer richtig schön rein in den Hals. Oh, den Bogen brauche ich auch nicht mehr erstmal. Holzschild brauche ich auch nicht. Äh, Jasper-Block. Äh, Jasper-Block. Ist denn ein Jasper-Block? Oh, ich kann mir mal ein Eimer Lava mitnehmen. Oh. So. Ist die Lava natürlich weg, aber ist nicht so schlimm. Da haben wir gar kein Problem mit. So. Jetzt bin ich voll Eisen. Voll Eisen, du. Voll Eisen. Zack, zack. Ach ja, ich habe immer noch keine Spitzhacke, weil ich keine Sticks habe. Ähm. Kommst du mal her und baust das eben ab? Ich bin schon wieder in meiner Base. Echt jetzt? Ja. Alter, willst du mich verarschen? Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier rauskomme, du Penner. Du musst zum Spawner? Ich habe schon alles cool. Ich muss auch nichts. Ja, ich habe es gerade wieder erkannt. Hoffe ich zumindest. Ah ja, hier. Okay, dann wieder ab nach oben. Schön nach oben rennen. Immer schön nach oben. Das macht Spaß. Immer schön oben gehen das Ding, gegen Hoppen. Ja. Immer schön dagegen. Geil. Gegen Hoppen. Gegen Hoppen. Hopp ist. Äh. Immer Hopp. Das machen wir mal zu. Dann machen wir hier oben noch eine Fackel irgendwo hin. Genau. Da und da. So. Erstmal alles da rein. Alles schön in die Kiste rein. Zack. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal kurz einen Aufnahmestopp. Und sind dann gleich wieder da. Ja, machen wir kurz. Okay. Bis gleich. Na, jetzt bis gleich. So. So, da sind wir wieder. Wieder zurück. Ja, da sind wir wieder. Oh, ja. Was haben wir denn jetzt so alles hier auf Lager? Diamanten. Da können wir uns auch erstmal schön was von bauen. Oh, ja. Erstmal eine schöne Spitze. Bin ganz geil. Holzvermacken. Ist es nur eine Scheiße, dass es so viele verschiedene Bäume es hier gibt. Uh, muh, komm her. Ja, stimmt. Es gibt echt ganz schön viele. Zuerst mal voll Diamanten. Äh. Werkzeuge. So, dann nehmen wir mal ein Stack Steine mit, würde ich sagen. Ein Stack Holz. Hm, da fehlt noch irgendwas. Ja, die Diamanten kann ich nochmal mitnehmen. Das ist eisenbräunig. Alles klar. Dann geht's wieder runter. Wieder runter, sagst du? Ja, wieder runter. Schön in die Höhle auf Lifetime. Diesmal mit ordentlicher Bewaffnung. Und Ausrüstung. Und du bist jetzt wieder in deiner Höhle, oder was? Oder wo bist du? Yes. Hm, hm. Hört sich gut an. Hört sich gut an. So, was können wir denn jetzt hier noch sammeln? Schönes. Zack, Redstone. Welch. Quantum Dust. Welch. Wovor auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, wofür man das braucht, ne? Aber warum? Für irgendwas wird's gut sein. Äh, warum sind hier so rote Teile? Ah, jetzt sind sie weg. Schön, dass wir jetzt so einen einsammeln. Ah, nicht jetzt. Ah, echt jetzt. Weiß hier. Oh Gott. Creeper. Ja, oh Gott, sagst du? Oh, fuck, Alter. Ich bin schon weggespringend, der Penner. Oh, Gold. Gold, Gold, Gold. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Eisen. Quirbel. Alles klar. Ich frag mich auch, dass man mit den Sachen hier anfangen kann. Da kommen Knochen raus. Ne, ne. Da sind so komische Blöcke, wo Knochen drauf sind. Ja, ja, da kommen Knochen raus, ja, ja. Oh, diesen Creeper bin ich jetzt gefangen. Oh, don't fucking attack me, du Arschloch. Geht mir das Skelett auf den Sack, ey. Arm, crit. Down. Oh, da ist jemand. Sogar ziemlich viele Diamanten. Ja, das Problem bei Hexit ist halt, man kann jetzt nicht direkt drauf losbauen oder so. Äh... Äh... Ja, ich mein, also, in Minecraft kann man ja eigentlich so, sag ich mal, direkt losbauen. Da brauchst du keine, keine Materialien oder so. Und hier bei Hexit... Also, wo wir grad hier sind, sind dann gar nicht genug Höhlen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man kann mal anfangen, was los, weil ich hab echt hier Unmengen an Tunneln gehören. Was? Das ist wohl richtig. Ja, wie gesagt, Jan, der kommt ein bisschen später dazu. Der hat momentan noch keine Zeit. Ja, so nachts Folgen vielleicht ungefähr. Ja, das könnte hinkommen. Der ist halt irgendwie abwesend. Oh, nee. Aber das ist ein Insider. Das ist ein Insider. Das ist ein Insider, ja. Den kennt man leider nicht. Äh, so. Oh, Diamanten, jawoll. Siehste, läuft. Hey, da sind ja noch mehr Diamanten. Hab ich eben gar nicht gesehen. Diamanten auf Höhe 50 lassen. Ja, das ist ja auch irgendwie normal. Na, ich hab jetzt auch schon wieder... Ich war grad... Ich hab ein Diamantenvorkommen gefunden, hab elf Diamanten. Das ist krass. Aber diese Ader sind grad auch... Warte, ich bin mal bei sechs schon. Sieben. Acht. Acht. Das ist eine Ader. Ja. Kannst ja fast ein komplettes Werkzeug bauen, glaub ich. Wächtet. Wasser, Wasser. Wenn du noch einen Diamanten findest, hast du wieder komplette... Ausrüstung. Knochen können weg. Naja, Knochen brauchst du vielleicht später, um die... Ähm... Bäume wachsen zu lassen. Ja, ich hab nie mehr erst gefunden. Und Minimär ist das auch wichtig. Brauchst du später auch irgendwo für. Und ich würd Kohle immer mitnehmen. Ja, hab ich... Ganz deckvoll. Ja, ist trotzdem wenig. Für die ganzen Geräte. Ich weiß gar nicht, gibt's in Hexit überhaupt so viele Geräte? Das muss ich gleich mal nachgucken. Ist das nur von den anderen Mods? Das ist so ein Endboss-Spider, ey. Das kann doch nicht sein. Ich hab noch nicht eins und viel gesehen, ey. Findest du dann dauernd welche? Wollen wir mal gucken, gibt's bei Hexit überhaupt großartig Maschinen? Ähm... Es gibt Schmelz... Schmelz... Äh, was? Schmelzereikern. Ah, okay. Guspeengel sind normal. Oh, ich bin erschrocken, Alter. Oh, das ist echt eiskalt. Rücken runtergerade, ey. Boah. Was ist denn? Du hast so durch ein Loch eine Spinne geschlagen. Hm. Dann hat ein Rückstoß weggeflogen. Dann war die weg. Dann kommt die von oben auf den Kopf draufgesprungen, Alter. What the fuck? Richtig erschrocken, weil du eigentlich genau auf den Punkt erkommst, du dich konzentrierst. Einmal kommt die von oben abgesprungen. Hm. Alter. Richtig würstiger, nebenbei man sich angegriffen hat, hab ich echt überall ganz abgekommen. Boah. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hab mir Angst. Ich glaub, bei Hexit gibt es gar nicht so viele Maschinen. Da können wir uns echt auf Spawn konzentrieren. Ja. Ja, ich denk mal, ich mach auch wieder so. Ich hab jetzt bei mir, wo ich bin, eine richtig große, freie Fläche. Kann ich schon ein großes Schloss draus bauen. Okay. Jetzt ein Schloss bauen, oder wie? Ja. Es war die Landschaft, aber es ist nicht so geil, weil es alles Ödland ist. Okay. Es war die Landschaft. Alpha вкус. Es war die Landschaft. Es war die Landschaft.